Man nimmt sich was gelbes. Ich will nicht zu unserer Hautfarbe sagen. Yo, Leute, was geht heute? Wie geht's euch auf? Alles cool. Und ja, ich bin leicht überbelichtet. Es ist ziemlich hell. Ziemlich schönes Wetter. Ich bin gerade mit einem lieben Kreuzchen unterwegs. Wir wollten eigentlich zu einem Artmuseum. Jedoch haben wir ein bisschen zu lange getrüttelt. Und ja, wir gehen jetzt mal in die Stadt rein. Vielleicht essen wir Eis. Ja, Eis wäre doch ganz gut, ja. Ja, gut. Und ich zeig euch ein bisschen München. What? Das war's für heute. Das war's für heute. Und ich. Und ich. Ich will es nicht ohne dich. Und ohne dich. Und ich. Ich bin so los ohne dich. Und ohne dich. Später. Wir sind gerade hier beim Siegestor hier in der Leopoldstraße. Und der liebe Kreuz versucht gerade jetzt hier ein schönes Bild zu schießen. Aber der Herr ist sehr, sehr wählerisch. Der ist gerade hier irgendwie um die Ecke gegangen. Und wir sind gleich schon gute 15 Minuten hier. Weil wie gesagt, er ist ein Perfektionist. Er ist auch ein gelernter Fotografen alles. Und der will wirklich das heftigste Bild ever machen. Mit seinem iPhone. Sieht auch richtig nice aus. Jo, wir gehen jetzt auch gleich ein bisschen Bierchen trinken. Und nachher haben wir noch ein guter Treffen dazu. Weil you can eat Asia. Wir sind jetzt gerade bei Rusko. Ehemalige Flight in Munich. Oder Munich. Planet Munich. Munich Planet. Keine Ahnung, das war früher eine andere Bar. Und wir genießen uns gerade Radler. Der liebe Käufer arbeitet noch so ein Bild. Ja. Ja, ich muss wirklich sagen, das ist wirklich heute ein richtig schönes Wetter. Und da habe ich mir gedacht, kennt man sich was Gelbes? Ähm, Bierchen mäßig. Warte mal. Sich was Gelbes. Ich will nicht zu unserer Hautfarbe sagen. Ja, wir gehen jetzt gleich nachher zu mir nach Hause. Und gehen dann fett. Oh, du könntest essen. Ich habe gehört, du gibst auch Steve. Jo, dann bis gleich. Ich bin entspannt. Ich bin in Asia, den Oil Can Eat. Und dann uns jetzt auch. Tucci! Richtig Klischee ab. Das Besondere hier an diesem Oil Can Eat Laden ist, dass du auch Oil Can Drink hast. Also einfach so die Möglichkeit in Arizona die ganze Zeit zu kaufen. Oder sowas hier. Oder Bier. Alles. Oil Can Drink. Und deswegen denke ich mir immer wieder, wie finanzieren sie das alles? Das ist einfach nur hart. Aber trotzdem lecker. Ja. Warte! I see you every morning. I want it to best goodbye. I just wanna get to know ya. I just wanna get to know ya. I just wanna get to know ya. Sehr, 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 sehr viel später! Wir sind jetzt fertig mit Essen und es ist ziemlich arschdunkel, aber das Essen war lecker, war okay. Und wenn ich da durchgehe, dann haben wir mehr Licht. Schauen wir mal, haben wir mehr Licht? Das ist super, der wächst. Der will nur, dass ich dahinter gehe alleine und alleine weiter vlogge. Wir sind richtig satt, deswegen ein Verdauungsspaziergang. Ich würde bei euch mal wissen, was mögt ihr so am asiatische Küche? Schaut es mal in den Kommentaren, würde mich mal interessieren, was ihr so isst. Was ist euer Lieblingsessen? Wie gesagt, wir haben heute eigentlich ziemlich viel Touri-Sachen gemacht. Habt ihr den Koi in München gezeigt. Wir sind auch gut fertig. Ich würde sagen, und wir sehen uns morgen wieder in alter Frische. Koi, sag mal auch was. Ich sage auch was. Okay. Ciao.